Nö. Rage quit. Hey Leute, willkommen zu einer Runde QSG mit dem Tiger Danny. Hallo. Wir sagen diese Begrüßung jetzt schon 10 Millionen mal und das sage ich jetzt gerade auch 10 Millionen mal. Weil wir schon 10 Millionen Aufrufe, äh Dings, die als Videoaufnahmen hatten. Wir bekommen einfach nichts. Und ich werde jetzt sterben, ich werde jetzt sterben. Ja, ich auch. Oder? Der leckt extrem, der Wreckable Typ. Alter, oh mein Gott, ich hab ihn down. Oh mein Gott, ich hab auch meinen down, ich hab auch meinen down. Genau das gleiche, was du gedacht hast, hab ich gerade auch gedacht. Wo bist du? Äh, irgendwo im Nirgendwo. Warte. Weitest du, oder? Nö, 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 nö. Du, mein Herr, wirst nicht abstauben. Alter. Und natürlich stoppt der andere von hinten ab. Was? Ich wollte ihn verteidigen, dass der andere ihn nicht abstoppt. Was macht der andere? Stoppt mich ab. So ein Spasti. Ach du Scheiße. Oh nee, jetzt bin ich ja natürlich alleine. Komm, 25 Euro bei Lidl. Die hat mich 25 Euro. Oh Mann, ey, das schick ich direkt zum Logo, Alter. So. Nein, 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 nein. Fang gar nicht so an. Fang gar nicht so an, mein Lieber. So, auf diese Tour würde ich's nicht. Tschüss, bis dann. Nein, 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 nein. Als ob. Wie unfair ist das? Alter. Ja, genau, dann geht der andere noch. Alter, wie. Diese Runde werde ich definitiv, diese Runde werde ich definitiv nehmen. Oh Mann. Ja, diese Runde, die war mir gar nicht so schlecht, aber das war scheiße. Egal. Dann will ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder in der nächsten Runde auf dem Inferno. So, äh, der Tiger Danny leckt grad ein bisschen, aber egal, kann ich jetzt nichts unternehmen. Entschuldigung, Leute. Mal gucken. Ist kalt. Nee, nee, ich bin raus. Nö. Rage Crit. Oh nice, den hab ich bekommen, den hab ich mega nice bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den noch bekomme. Okay, er hat grad einen kleinen Rage Crit, glaub ich. Weil wir schon sehr, 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 sehr lange aufnehmen. Es gibt's nicht. So, und, äh, das, die Scheiße ist ja, dass es jetzt eine Teamrunde ist, sonst hätte ich jetzt ja noch was reißen können. Aber, ich, ich hab richtig dreckig abgeschoppt, ich hab, oh mein Gott, das war der dreckigste Abstopp in meinem gesamten Leben. Oh mein Gott. Den hättest du dir angucken müssen. Oh mein Gott. So. Der kommt auch von hinten. Alter, schon wieder lagts. Ja, 100, Dennis. Was ist da los? Der hat jetzt... Regeneration, Alter, pass auf. Ja. Geh weg. Ja. Äh, ich schreib mal. Ja, naja, okay, Team ist jetzt scheiße. 101. Mal gucken, ob die alle 101s machen. Ohne abstauben. Das ist ja nice. Schreib noch das Rack hin. Rack. Erst mal Easy Rack reinschreiben. Mal gucken, ob die das machen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Also das Equip ist so mittelmäßig. Ich hab ganz viele geile Kills in dieser Runde gemacht. Ich muss dafür beten, dass ich die jetzt irgendwie noch reißen kann. Zumindest knapp... Knapp verlieren oder so. Das wäre wenigstens noch etwas. Mit halbem Herz oder so. Ja. Oder abgestoppt verlieren, dass mich einfach jemand abstaubt, bevor ich jemanden gekillt habe. Keine Ahnung, das wäre dann zwar wenigstens noch eine halbwegs gute Runde. Er kommt hinter dir, gell? Du hast richtig dreckig gecoastet, aber egal. Ich muss sie ja aufnehmen. Ja. Sonst wäre ich hier zu down gewesen. Das ist auf jeden Fall gut. So. Sind beide, glaube ich, relativ low. Hab ich das Gefühl. Äh, und mir geht's eigentlich noch relativ gut. Ja, niemand hat ja geschrieben. Lol. Ja, ich dachte... Ja, was labern die? Da müsst ihr doch natürlich ja schreiben. Kann ich doch jetzt nicht wissen. Oh. Team, 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 Team. Wenn, ne, staubt mich jetzt trotzdem richtig dreckig auf. FFA, okay. Ah. Ja, FFA, wenn du... Jetzt komm, lass mich abstauben. Bitte. Nee, er ist, glaube ich, auch nicht low, oder? Ja, der... Doch, der ist... Komm, hör auf mit deiner Rot. Oh, Junge. Solche Leute hasse ich. Die mit seiner Scheiße... Und der wird jetzt eh noch gewinnen. Der wird eh noch gewinnen. Solche Leute hasse ich einfach. Ich sehe schon kaum, dass der jetzt auch noch gewinnt. Ich meine, so fuck ich nie mit der Angel ab, obwohl ich low bin. So war ich noch nie abgefuckt in meinem Leben. So. Oh mein... Oh mein Gott, ich werde fast runtergefallen. Ich bin schon mal in Lava gefallen. Ich auch. Komm. Wenn ich den jetzt mit dem Bow kille, dann raste ich aus. L. L. Ja, L. Okay, L. Ja, L. Ja, SSR beschrieben, ich kann mich jetzt nicht mehr beschweren. Der andere hat SSR beschrieben. Ja, da hat er. Egal. Aber wenn es aber klar, dass wir SSR machen. So. Komm. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe jetzt wenigstens noch Pfeile, dass ich den Eben mit dem Bogen holen kann. Weil ich habe ihn relativ gut getroffen. Und er ist auch relativ schlecht ausgewichen. Ach. Wie geht deine Rot kaputt, Alter? Ohne Witz. Oh, what the... Wenn ich so weitergehe, dann ist das Vorspulen. Fuck, so. Das... Ach, komm. Spielt einfach vor euch. Ja. Alter, komm, wenn du das austeilen willst, ich boxe dich aus dem Mann. Kommst du dir nach Hause und boxe dich aus dem Mann. Warte, wenn du ein... Wenn du sein Freund wirst, kannst du ihn beleidigen, ohne dass sie Chatbarn oder sowas bekommen. Doch, der kann das melden im Chatblog. Ja, aber platz den. Ja. Aber in der Auto-Chatbahn, das ist alles machen. Wenn der das austeilen lässt, das sind nur noch 60 Sekunden. Ja, dann bleib einfach in der Mitte. Okay, mach jetzt auch. Dann stopp. Wenn der was will, dann... Jetzt wird er drauf. Jetzt wird er drauf. Und er wird gewinnen. Er wird gewinnen. Er ist besser als ich. Ja. Alles... Mega low, Alter. Egal. Die Runde lasse ich jetzt drin, Leute. Ich werde sie vorspulen. Das war mega, mega low. Erst mal so wegrennen mit der scheiß What am Spam. Und dann irgendwie noch, äh, keine Ahnung was machen. Dann irgendwie tryharden. Ja. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. War jetzt... Naja. So geht so erfolgreich. Ja. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.